Er kommt seit zwei Tagen zu dem Kampf von Franz. Vielleicht ein französischer Freund von vor dem Krieg. Willkommen. Und Sie kannten Franz? Ja. Aus Frankreich? Oui. Ich bin froh, dass er da ist. Macht es dich nicht auch glücklich? Doch. Aber er wird weggehen. Dann werden wir uns bemühen, ihn noch eine Weile bei uns zu behalten. Ja. Wo bin ich so richtig? Sieht es sicher Franz, meine Mutter und die Mama. Ich bin froh, meine Mutter. Was soll ich mit dieser Chance nicht? Mein Kind ist ein Kind so fragil. Er muss bald tormenten. Es ist nicht ich, der trommelt. Du hast dein Fils, Madame. Was würde die Wahrheit bewirken? Noch mehr Schmerz. Noch mehr Tränen. Was finden Sie für diesen jungen Franzose? Ich weiß nicht mehr. Herr Kippen-Kippen-Kippen-Kippen. Herr Kippen-Kippen-Kippen. Vielen Dank.